Ja gut, es ist jetzt ruhiger hier. Ich denke, wir können direkt losgehen. Bis wann haben wir jetzt hier genau, damit ich jetzt die Zeit nicht reiße? Also vorhin war es ja irgendwie ein bisschen halb, wenn ich es richtig verstanden hatte, aber jetzt ist ja die ganze Orga-Geschichte immer ein bisschen dazwischen geschossen. Viertel vor, okay. Gut. Ja, also erstmal herzlich willkommen und danke für das rege Interesse an dem Slot hier. Der Punkt oder das Thema soll sein, das Problem von Gernsheim. Ich weiß nicht, wie es euch so gegangen ist, wenn man so die Mailinglisten verfolgt hat, und auch so die Stimmung anderer Piraten nach Gernsheim war das doch erstmal ein bisschen, ich glaube, zwiegespalten. Es gab Leute, die waren zufrieden, weil der Samstag super gut lief für ihre Anträge. Es gab aber auch Leute, die sind ziemlich frustriert gewesen, vor allen Dingen nach dem Sonntag. Und für mich ist es wichtig, das Thema aufzugreifen und nicht irgendwie jetzt so verstreichen und am Ende versanden zu lassen, weil ich glaube, dass wir unheimlich viel aus dem, was da passiert ist, lernen können für die Zukunft. Und ich fände, es wäre schade, einfach nur mit dem Gefühl eben, also diesem diffusen Gefühl, der eine zufrieden, der andere unzufrieden, vielleicht auch resigniert, die Leute da zu lassen, wo sie sind, sondern ich würde sie gerne wieder einsammeln und gucken, wie wir das hier in vernünftige Bahnen bringen, dass so etwas sich idealerweise nicht wiederholt, sondern dass wir in Zukunft halt mit den Lehren daraus, weil das ist ja eigentlich das Ziel, Lernen und Konsequenzen daraus zu ziehen, eben in Zukunft mit einem besseren Gefühl am Ende dann aus so einem Landesparteitag zu gehen. Im Rahmen von Diskussionen mit anderen Piraten hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, also auch gerade jetzt mit dem André und mit dem Ralf in Vorbereitung jetzt hier auch nochmal auf den Vortrag, dass wir eigentlich ein strukturelles Problem haben, wie wir von unseren Ideen ausgehend und den Diskussionen und den Tools, wir haben so ganz viele einzelne Mosaiksteinchen, aber wie wir dazu am Ende ein Ergebnis bekommen, was konkret ist, wo wir auch dann, das Ergebnis kann aussehen in Form eines Antrages, kann aussehen in Form einer Aktion, denn wer sich daran erinnert, wir haben ja auch in Gernsheim eine Position oder einen Antrag angenommen zum Thema ESM, da kam auch noch dann der Nachsatz, ja und wir wollen jetzt dann auch eine europäische Initiative, eine Volksentscheid, also ins Leben rufen oder zumindest da was machen, Richtung Volksentscheid und ich weiß nicht, wer davon noch was gehört hat im Anschluss, ich glaube niemand, ja, also wir haben jetzt mittlerweile bestimmt drei oder vier Wochen nach Gernsheim und viele, glaube ich, haben an der Stelle auch so ein bisschen jetzt die Erwartung, wer bestellt, bezahlt, ja, da gab es jemand, der einen Antrag gestellt hat und der hat das da reingeschrieben und am Ende muss er sich darum kümmern, ist, sage ich mal, im Alltäglichen ja durchaus legitim, so zu denken, aber wenn man sich überlegt, was wir in Gernsheim gemacht haben, nämlich das war ein Landesparteitag, das heißt, da hat sich das Land oder der Landesverband Hessen zu einem Thema positioniert, dann ist es ein bisschen unfair zu sagen, naja, und du, der jetzt den Antrag gestellt hast, du kümmerst dich jetzt darum. Das heißt, es ist am Ende eine Aufgabe von uns allen, dass wir das auch umsetzen. Das nur noch mal an der Stelle zu dem Thema mit den konkreten Ergebnissen. Ja, was wir hier auch als möglichen Lösungsansatz erarbeiten wollen, ist, weil, was Gernsheim uns gezeigt hatte, in meinen Augen jedenfalls, war, dass wir, also wie erarbeiten wir Anträge und wie haben wir die Anträge eingereicht. Da gab es auch im Anschluss einige Diskussionen, wo gesagt wurde, naja, wir wollen fristen, andere sagen, ja, wie können wir die Qualität von Anträgen steigern und da gab es eben auch im Vorfeld so ein paar Ideen und, ja, was wir als grundsätzlichen Lösungsansatz haben, ist eben, was ich gerade sagte, nicht nur die Initiatoren von Anträgen sich dann darum kümmern sollen, sondern eben auch wir alle und da kommen wir zum Übergang zu dem strukturellen Problem, was wir haben, wir haben im Moment keine Prozesse oder, ja, Institutionen nicht, aber Gruppen oder Ansprechpartner, die sich für bestimmte Themen konkret verantwortlich zeigen, wo man auch sagen kann, okay, wir haben jetzt hier was beschlossen, da ist eine Aktion und die geben wir jetzt weiter und aus der Aktion, die kümmern sich jetzt darum, dass das weiterläuft, sondern da ist im Grunde genommen immer die Abhängigkeit von einzelnen Personen und das, ja, ist eigentlich eher nicht so gut, weil wenn die Person weg ist, dann ist damit auch am Ende alles weg, ja, also passiert einfach nichts mehr. Da hatten wir mal so als Idee gehabt, zum Beispiel die AG Öffentlichkeitsarbeit, wäre eine Idee, ja, muss man jetzt nicht gut finden, kann auch andere Sachen sein und, ja, oder die IT-Infrastruktur, ja, in Bezug auf virtuelle Meinungsbilder oder Lime-Server-Geschichten, ja, aber das war jetzt mal so ein bisschen der Hintergrund, wieso das jetzt als Thema hier auf die Agenda gekommen ist und ich würde vielleicht mal, ja, weiß nicht, so fünf Minuten maximal vielleicht einfach mal hier in die Runde reinfragen, was ihr so für Eindrücke gewonnen habt. Also ob das, kann ja sein, dass ich hier total einen falschen Eindruck gewonnen habe, ja, und mit meiner Einschätzung an der Stelle irgendwie eigentlich isoliert dastehe und ich ein Problem hier herbeirede, was eigentlich überhaupt kein Problem ist und, ja, und da würde ich gerne mich mal ein bisschen abgleichen zu euch. Also, mich... Geht es jetzt um Eindrücke vom Landesparteitag oder geht es um Eindrücke zu dem allgemeinen Arbeitsprozess? Also erst mal einen Eindruck, wie du nach dem Landesparteitag, also den du nach dem Landesparteitag gehabt hattest, also so, welches Gefühl hat dich sozusagen, welches Gefühl hast du da raus mitgenommen? Ja, will jemand? Wenn nicht, wir können das auch überspringen. Chemo? Also ich habe das gleiche Gefühl wie du, wobei mir das Gefühl, ich muss sagen, der Landesparteitag war für mich nochmal so ganz offensichtlich, wir wollen Positionen beziehen, wir wollen Standpunkte zu bestimmten Themen beziehen, mit denen wir uns null auseinandergesetzt haben. Das heißt, bei vielen hast du einfach mal gesehen, dass sie nicht mal in der Lage waren, nach Wikipedia einfach mal reinzuschauen, dann hätten sie schon genug Futter gehabt. Aber dieses, den Sachen endlich mal, ich sag mal, eine Form, nicht nur eine Form, aber auch einen Inhalt zu gehen und inhaltliche Sachen zu erarbeiten, da habe ich dann gesehen, oh, da steht eine Wahl an, oh, da kommt jetzt noch die Bundestagswahl, da kommt jetzt noch die Landtagswahl, jetzt müssen wir schnell was durchpeitschen, irgendwelche Positionen verabschieden, um zu sagen, guck mal, wir haben was. Also wir lassen uns von außen aufoktieren, dass wir jetzt unbedingt etwas brauchen, legen dann los, ganz in Form, das meinte ich wirklich dilettantisch, nicht mal amateur, wirklich dilettantisch, wo wir uns selbst in der Partei, also ich war auf dem Landesparteitag, wenn du durch die Reihen so geschaut hast, dann hat jeder nur in den Kopf geschüttet und gesagt, was ist das? Also, ich persönlich, das ist kein Angriff, um Gottes Willen, die Leute hier in das erarbeitet haben, aber dieses Erarbeiten, dazu sollten wir einfach, wir brauchen mehr Zeit, wir müssen reifen, wir müssen uns auseinandersetzen, wir brauchen Diskussion und da brauchen wir halt die Struktur. Wir brauchen wirklich Anlaufstellen, gibt es vielleicht Menschen, die schon mal sowas erarbeitet haben, die einfach ihr Wissen mit den anderen auch mal teilen, um dann wirklich am Ende auch ein Ergebnis zu haben, wo wir sagen können, okay, jetzt sind wir soweit informiert, soweit haben wir alle Strukturen geschaffen, dass ich, ich persönlich in der Lage bin, abzuschätzen, ja, das will ich oder das will ich nicht. Okay, Michael, dann Erik und dann Christian. Ja, mir ging es eigentlich auch relativ ähnlich, wie ihr von war, ich fand den Samstag echt klasse, also ich bin mit einem richtigen Begeisterungsgefühl da auch nach Hause gegangen und der Sonntag war, also ich bin nicht deprimiert nach Hause gegangen, aber es war halt einfach völlig chaotisch und mir hat irgendwann so der, auch auf dem Landeskarteit da so der Schäl getrönt, dass ich kaum mehr klar denken konnte. Es war einfach, strukturell ging es, glaube ich, den meisten von uns so, dass irgendwann auch eine Phase da war, wo keiner mehr so richtig wusste, was ist jetzt hier eigentlich los und vielleicht auch überhaupt nicht mehr richtig denken konnte, weil es ständig hin und her ging einfach. Und so von meiner Analyse her war es einfach so, dass, ja, die Struktur, wie man an die Anträge, also das Ganze ist ja dann bei dem ganzen Bildungsblock aufgetaucht. Dass die Herangehensweise oder, ich weiß es nicht, also das Problem war so ein bisschen, worüber sich ja auch der SEP dann beschwert hat, dass das Ganze dann teilweise ein Flickenteppich geworden ist, von dem, was jetzt tatsächlich aufgenommen worden ist aus diesem Bildungsprogramm. und dass man halt irgendwie die Anträge, wenn Anträge eingebracht werden, das Problem ist halt, dass es ein riesengroßer Block war, aber dass man die irgendwie so strukturiert, dass so ein Flickenteppich gar nicht erst entstehen kann. Dass man eben sagt, okay, ich nehme jetzt irgendwie das hier als Grundbasis und das kann erweitert werden durch diesen Antragteil, diesen Antragteil, diesen Antragteil und wenn der Anfang nicht angenommen wurde, dann fällt der ganze Rest auch schon raus. Nur ganz kurz, bevor du jetzt was sagst, lasst uns vielleicht erstmal wirklich ganz allgemein das Gefühl mitnehmen und zu diesen inhaltlichen kommen wir nachher. Also deswegen haben wir auch an der Stelle diese Art der Struktur hier gewählt, weil wir wollten jetzt erstmal wirklich erstmal ein bisschen allgemein einsteigen, um dann konkret zu werden. Und das kommt dann auch mit dem André und mit dem Ralf noch. Er ist der Erik, dann der Christian, dann hatte ich hinten die Petra, der Peter und der Herbert. Ihr müsst euch bitte eure Vorperson merken, weil irgendwann ist bei mir die Kapazität da. Okay, kann jemand moderieren, dann hilft mir jemand. Jetzt sind wir, mach das mal weiter. Ich war am ersten Tag da und am zweiten Tag konnte nicht. Am ersten Tag war sehr gut, bis auf zwei Punkte, die ich anlernen möchte, dass in vielen Anträgen die Petze nicht offen oder nur kurz offen waren, ich habe es auch im Landesparteitag kurz gesagt, dass man A, Verbesserung oder Änderung anbringen konnte. Dann hatten wir einen Antrag, da habe ich den Antragsteller selbst gesagt, okay, der Gedanke ist gut, das würde er gerne nicht verändern. Das haben wir vorne an die Orga geschickt, einer eher und einer nicht. Und es ist beides rausgefallen. Also obwohl der Antragsteller selbst, der Antrag von ihm selbst ging durch, ist der Zusatz, die Ergänzung durchgefallen. Das waren so organisatorische Sachen. Und ansonsten super, der erste Partei, also der erste Tag. Zweite war ich nicht da. Da hätte ich für die Struktur eine Anleitung, dass man, wenn man zur Bündungspolitik was sagt, das hessische Schulgesetz als vorgegeben erstmal akzeptiert und dann da zu sagen, das würde ich dort ergänzt haben, weil ich bin so auf das. Okay, aber wie gesagt, jetzt erstmal bitte keine inhaltlichen Diskussionen dann an der Stelle. Ich glaube, Christian war jetzt. Ja, also ich glaube jetzt zu was gut lief und was nicht gut lief, das ist ja auf der SPH auch schon sehr ausführlich, Das war jetzt nicht die Frage. Die Frage ist, mit welchem Gefühl bist du rausgegangen? Ja, ich wollte eine Anleitung erzählen. Was ich sehr interessant fand und etwas irritierend war, dass es eine große Kluft gab zwischen den aktiven, engagierten, sozusagen Profis der Antragstellung im Landesverband, also denen, die für, ich würde sagen, vielleicht den 10, 15 Prozent, die für das verantwortlich waren, was dort auf den Tisch kam und es eine große Irritation gab, dass die Masse der Parteitagsbesieber sich anders verhalten hat, als man das erwartet hat, weil man ja gründlich vorbereitet hatte. Und das ist also, was ich komisch fand, war, dass es eine Irritation darüber gab, dass, wenn da auch einmal lauter Leute sitzen, von denen viele das einzige Mal zu einem Parteievent vielleicht zum jährlichen oder zweimal im Jahr zu einem LPD gehen, dass die nicht so reagieren, wie man das im Vorfeld in dem Umfeld aktiv Beschäftigter erlebt hat und daraus geschlossen hat. Diese Irritation fand ich ziemlich komisch. Also ich fand auch den Vorgang, auch alles, was unbefriedigend lief, ganz naheliegend und total unvermeidlich. Jetzt ging es in die, ich weiß nicht, Petra oder erst? Ich bin noch ganz kurz. Also ich war auf dem Landesparteipart gewesen, da war ich gerade neun, gerade drei Haufen frisch, bei der Piratenpartei. Der Samstag fand ich wirklich klasse, also ich hatte das Gefühl, oh, da sind die Tränen dran, die mich interessieren, auch Programmenträge, super. Die Leute waren vorbereitet. Sonntags, da würde ich mal so sagen, wie die Stichwolle schon gefallen sind, unstrukturiert, so ein Werk von Bindungspaket. Und als ich mir das durchgelesen habe, das war nicht sortiert, nicht geordnet, viele waren unvorbereitet. Und dann kam der große Frust, also ja, wir hatten auch zwei Anträge laufen, wir kamen nicht mehr dran, so wenig wie uns, ging es dann wahrscheinlich vielen anderen auch. Die gingen leer auf. Die sind mit solch einem Hals nach Hause gebracht. Und vor allen Dingen, so abrupt, musch, keine Erklärung, was für den nächsten statt. Vielleicht können wir dann die, wo dann leer ausgegangen sind, dann nächstes Mal wieder dran. Ansonsten, wenn wir es recht haben, stehen wir wieder hinten dran, in der langen Latte. Daran denke ich, da sollte man drüber nachdenken. Okay. Peter? Ich war ja in der Antragskommission, von daher war ich da an dem ganzen Kuddelmutter am zweiten Tag nicht ganz unschuldig, zumindest war ich beteiligt. Ich bin nach Hause gefahren, um auf diesen Eindruck mal dir die direkte Antwort zu geben. Ich bin am zweiten Tag nach Hause gefahren und war ziemlich entsetzt und wütend, weil wir haben da in der Antragskommission neben dem technischen Ausfall von dem System auch mit Strukturen zu tun gehabt, die ein Arbeiten, so wie es ihr auf dem Landesparteitag von der Antragskommission erwarten könnt, nicht vorgefunden. Ich war entsetzt darüber, dass ich bis jetzt, und ich bin zu dem Job von heute auf morgen gekommen, mir gar keine Gedanken darüber gemacht hatte, wie die Antragskommission eigentlich funktioniert. Ich glaube, das macht keiner wirklich, bevor er nicht da vorne hingeht, einen Antrag auf Geschäftsordnung stellt oder einen schnellen, spontanen Änderungsantrag, die er hat. So wie wir im Moment mit der Antragskommission umgehen, als ich dann zu Hause war und dann auch noch mit Uwe und anderen in den nächsten Tagen E-Mails ausgetauscht hatte, haben wir keine vernünftige Struktur, um mit Anträgen, so wie es unsere Satzung erlaubt, umzugehen. Jeder, der am zweiten Tag zur Antragskommission geht, war mein Eindruck, und dort einen Antrag stellt, das ist entweder ein Frischling, der nicht weiß, dass ein Antrag schon gar nicht mehr drankommen wird, weil es bis jetzt immer so war, weil er nämlich unten drangehängt wird und es sagt auch keiner den Frischlingen und die fahren dann auf frustrierte Hause. Und das zweite, wir können, wenn wir in Zukunft effizienter arbeiten wollen, ohne Antragsfrist oder eine bessere Regelung durch Antragsfristen, nicht für jeden Antrag, verstehe ich mich falsch, aber wir brauchen irgendwelche Fristen. Wenn wir die nicht haben, dann wird die nächste Antragskommission wieder genauso frustriert und ich glaube, neben mir, die beiden anderen beiden, die haben auch kein anderes Gefühl gehabt. Du hast es ja selber mitgekriegt, du warst auch sicherlich nicht entzückter früher, wie das gelaufen ist, sage ich mal ganz vorsichtig. Okay. Sogar Uwe war ziemlich angetast. Herbert und Volker war noch, du auch noch und danach würde ich erstmal an der Stelle einen Schnitt machen, um dann nochmal das zu sammeln und dann zu gucken, wie wir das ein bisschen kanalisieren können. Ja, ich habe den Anfang vielversprechen von diesem Sonntag, war am Samstag nicht da, aber ich habe die Ergebnisse natürlich nicht gekriegt und habe dann am Sonntag gesehen, es blieb irgendwie fast nur Bildung, es war, ich muss gleich noch mal sagen, es war alles nicht gegen mich oder so, das war gut vorbereitet, klar, es wurde glücklich gelaufen, dass ein Einrichtungsantrag nach dem anderen ging, weil es nicht irgendwie zusammengehört oder man es dann irgendwie zusammen behandelt wurde, aber es waren viele gute Programmanträge genau, wie ich mir das befreut habe und die verpasse sicherlich auch, die komplett auf den Tisch gefallen sind, die für mich als Gerad so wirklich wichtig gewesen wären und von daher, ich habe mir dann ja auch einen Tweets und ich muss das Glück gemacht, ich habe gesagt, die Bildung hat uns gefollt, also, genau. Wenn man da nichts finden würde, dass ich nur ein Glock drankomme, sondern dass das vielleicht ein bisschen nichts, dass auch andere Sachen dann schon haben, dann finde ich, ist es noch nicht mal so unoptimal gelaufen. Okay, dann Volker noch und jetzt musst du mir nochmal deinen Namen sagen. Norbert. Norbert. Und, Entschuldigung, und der Sepp hatte vorhin schon mal auch. Ich bin am Sonntag nach Hause gefahren mit massiven Bauchschmerzen. Und zwar, es ging darum, wir haben am Samstag Anregel durchgebracht mit großer Mehrheit, die am Sonntag im Prinzip bei der Selbstversammlung wieder kassiert worden sind. Die Frage ist, wir stellen uns immer hin und sagen, wir haben so eine Sparmittel ergänzt, wir wissen alles, wir wissen alles besser. Wie kann es denn sein, dass wir am Samstag am Tag mit großer Mehrheit annehmen und am Sonntag kassieren, weil auf einmal einer sagt, ja, wir haben ja alles gut zugefahren. Ich glaube, da müssen wir von vornherein wesentlich intensiver an diesen Anregen arbeiten, deswegen auch mit der Antragsfrist, dass jeder dort reingucken kann und kann sagen, okay, ich beschäftige mich damit und das nicht eben kurzfristig einbereichen wird. Okay, ich sage mal den Sepp nochmal, weil der vorher noch war und dann der Norbert als letzten. Also ich wollte noch mal was sagen, also mit dem Bildungsteil, das war sicherlich ein ganz schwieriges Ding am Sonntag für viele Leute, für mich auch, also es war für mich auch nicht einfach. Was ich sehe, ist ein großer Block Bildung, ja, das war ein großer Block, aber im Vergleich, wenn man jetzt ein Parteiprogramm aus Baden-Württemberg oder aus NRW sich anguckt, ist das Bildungsprogramm im Vergleich zu NRW winzig. Die Frage ist, was, wie kriegen wir es hin, dass wir diesen basisdemokratischen Charakter, die Diskussionsmöglichkeiten und die Diskussion immer noch beibehalten können, ohne Leitanträge und trotzdem irgendwelche tiefgründig ausgearbeiteten Anträge, die auch länger sind, irgendwie verabschieden können. Wir können ja nicht nur immer Kleinkram verabschieden und Kleckerkram verabschieden, wir müssen auch mal irgendwas Umfassenderes und Größeres, wenn wir ein Thema wie den ESM wirklich behandeln wollen, auf dem Parteitag irgendwann verabschieden wollen, was echt komplex ist, wo ja unsere Politiker daran scheitern eigentlich, also die wir jetzt an der Macht haben und wir doch was Besseres präsentieren wollen oder eine Meinung dazu äußern wollen oder ein Programm festlegen, die besser ist oder was anderes bietet, dann müssen wir da irgendwie Wege finden, die Diskussion ins Vorfeld zu verlagern, da müssen wir irgendwie Wege finden, das zu verbreitern. Und ich habe es versucht teilweise, es ist teilweise nicht angekommen, es kam keine Diskussion mit diesem Bildungsthema im Vorfeld zustande, und dann gab es halt den Clash am Sonntag auf dem LPT. Das war auch nicht in meinem Sinne unbedingt, also klar. Norbert, und dann würde ich in die Vorschläge gehen. Es ist wohl einfach zu viel kurzfristig diskutiert und inkompetent diskutiert. Die Anträge wurden nach dem Vorheden eines nicht angeschaut gehabt, das ist wohl mal der nächste Programm, dass die Anträge vorher sich auch angeschaut werden, entsprechend dem Vorheden eines Besuchers stattfinden. Es kann aber nicht sein, dass man dann kurzfristig, stundenlang über das Thema noch diskutiert, die Sprecherliste immer länger wird, und länger wird man eigentlich fachlich davon nichts herüberkommen sehen. Ist das Thema eigentlich interessant gewesen, viel zu lang gewesen. Ich bin nach der Hälfte gegangen, weil ich dachte, es kommt sowieso, sagen wir nichts dabei raus. Das Thema, was wirklich von einem Personenkreis vorbereitet wurde, also der Maske zu fressen worden ist, die Vorbereitung der Themen und der Anträge muss einfach voranstalten. Das dürfen ganzen Antragshinderungen während des Parteitags reinkommen. Das ist absolut zeitfristig und noch kein Sinn. Okay, dann erstmal vielen Dank für die Rückmeldung. Ich würde jetzt zusammenfassend sagen, ich bin offenbar nicht so der ganz Einzige gewesen mit diesen Eindrücken, die ich am Anfang geschildert habe. Und auch die Rückmeldungen lassen sich, glaube ich, doch ganz schön auch in diese zwei Punkte mit der Antragserarbeitung und Antragseinreichung eigentlich ganz gut adressieren. Weil, was jetzt hier immer wieder kam, das eine war inhaltliche Kritik, das andere war organisatorische Kritik. Wenn ich auch gerade an Peters Rückmeldung aus der Antragskommission dann nehme, ich glaube, dann haben wir zumindest an der Stelle schon mal die zwei Kernprobleme, wo wir ansetzen müssten, identifiziert. Und würde jetzt einfach nochmal Ideen vorstellen, wie wir das Ganze angehen könnten. Das ist wirklich einfach mal so in die Runde geworfen. Das werden wir jetzt heute nicht hier ausdiskutieren. Also nicht jetzt bitte enttäuscht sein oder den Anspruch haben, hier alles zu diskutieren, sondern es ging wirklich erstmal darum, mal ein paar Ideen zu entwickeln, vorzustellen, mal auch wieder Feedback einzuholen und dann sukzessive mit den anderen Themen, die wir jetzt gleich danach noch bekommen, im Detail weiter auszudiskutieren. Ja? Also zwei Lösungsmöglichkeiten würde ich gerne vorschlagen. Das eine wäre ein besonderer Wix von Anträgen zu verschiedenen Themen. Das ist am Sonntag, ich habe deswegen gescheitert, weil die Überbildung dran kam und das völlig zerredet wurde. Und der zweite Vorschlag wäre, dass man das im Gesamtblock abstimmt und nicht jeden Satz einzeln. Das ist nämlich auch am Sonntag passiert. Jeder kleinen, kleinen Kram wurde da einzeln abbestimmt. Wenn das ein sauberes Gesamtkonzept gewesen wäre, hätten wir es auch im Block abstimmen können. Das hätte viele Probleme beseitigt. Seid mir nicht sauer, aber ich würde an der Stelle noch mal einen Schritt zurückgehen. Wer macht Protokoll? Wir hatten heute Morgen gesagt, wir würden gerne für jede Sitzung Protokoll machen. Und ich glaube, jetzt kommen gute Ideen. Ja, wäre. Ja, super, danke Christian. Okay, also der eine Schritt zurück bedeutet für mich jetzt nicht konkret an einzelnen Anträgen und wie die gelaufen sind auf dem Parteitag sich abarbeiten, sondern wirklich zu gucken, wie können wir so ganz grundsätzlich mal von der Herangehensweise dafür sorgen, dass wir das Ganze ein bisschen in den Vorfeld verlagern. Wolltest du jetzt noch dazu oder? Nee, ich würde den Punkt, wo du gerade eingestiegen bist. Okay, dann sag du noch mal. Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, ob ich euch jetzt erstmal das vorstelle und ihr dann dazu was sagt oder ob ihr jetzt was dazu sagt und ich dann das vorstelle. Ich glaube nur, ich würde es gerne erstmal vorstellen. Also im Rahmen dieser Vordiskussion zu diesem Slotopi-Komplex hatten wir gesagt, was eine Idee wäre bezüglich der Antragserarbeitung, weil erst werden ja natürlich die Anträge erarbeitet und danach eingereicht. Deswegen von der Reihenfolge erstmal die Antragserarbeitung, dass wir regelmäßig mal abfragen, zum Beispiel monatlich, welche Themen im LV Hessen interessieren, weil darüber kriegen wir eine Reihenfolge und eine Priorität der Themen. Denn, was wir auch gesehen haben, natürlich interessiert vielleicht nicht jeder oder jeden jedes Thema. Und wenn jemand vielleicht wegen einem bestimmten Thema einen Antrag stellt, dann kann das passieren, dass wenn sich viele dafür nicht interessieren, natürlich auch nicht so die Lust zur Einarbeitung da ist. Wohingegen, wenn jetzt ein Antrag besonders viel interessiert, interessieren sich auch viele damit und am Ende kriegt man vielleicht eine fundiertere Diskussion und so weiter dazu. Das nächste, was so ein bisschen parallel läuft, dass man entsprechend dieser Ergebnisse, die man aus dieser Abfrage raus hat, die Themen dann auch als Blöcke, Themenblöcke in Liquid Feedback abbildet, um dort dann im Grunde genommen und gleichzeitig dazu aufruft, Anträge, Themen, Thesen einzureichen, sodass man dann zu diesen Themenblöcken einfach mal sammelt, was so im gesamten LV für Ideen herrscht, sodass man einfach auch dann einfach mal einen Überblick bekommt von der Dimension an unterschiedlichen Sichtweisen zu einem Thema. Das nächste wäre dann, dass man auch sagt, wir rufen mal ein, also pro Monat, jetzt mal an dem Beispiel, es ist alles nur ein Beispiel, pro Monat ein Themenmonat aus, dass wir sagen, wieder anhand dieser Gewichtung, der ursprünglichen Abfrage, okay, jetzt machen wir mal das Thema Bildung. Also jetzt, der Juli steht komplett im Fokus der Bildung und jeder kann dazu jetzt mal Ideen reinwerfen. Und wir vom LV würden jetzt dann dazu auch zu Workshops und zu anderen Themen dann aufrufen oder Aktionen, sodass wir möglichst viel Auseinandersetzung mit dieser Thematik bekommen. Weil ich weiß, du, Cimo, hast das, glaube ich, gesagt, ja, diesen Dilettantismus, ja, also dass man den adressiert, dass die Leute eben nicht, ich sage jetzt mal, einen Tag vor dem LPT anfangen, irgendwelche Anträge zu lesen, ohne sich jemals vorher damit auseinandergesetzt zu haben und dann auf dem LPT lange Schlangen sich bilden, wo jeder eine Meinung hat, ja, aber irgendwie die zum ersten Mal angedacht wurden. Gut, das nächste wäre dann gewesen, genau, das mit diesen thembezogene Workshops, habe ich gerade gesagt, und auch mit dieser Einreichung von Anträgen. Das wäre jetzt mal eine Idee der Vorgehensweise, um diese Antragserarbeitung ein bisschen, ja, ein bisschen zielführender zu gestalten. Der nächste, also gibt es zu dieser Antragserarbeitung irgendwelche, sagen wir, also Norbert, Lothar? Gibt es schon Ideen dafür, wie sowas gemacht werden kann? Noch gar nichts Konkretes, das war jetzt erstmal einfach mal angedacht, angerissen, vorgestellt, einfach damit man das mal gesehen hat und mal setzen lassen kann. Also, wenn das hier auf Zustimmung trifft, dann freue ich mich, dass wir dann nach dem Hessen Campus uns genau diesem Thema dann widmen, ja, das kann man ja dann auch machen. Gibt es jetzt darum, darüber zu diskutieren? Nein, nein, nein. Erstmal, nur gibt es irgendwelche Kritik jetzt ganz fundamental zu diesen Vorschlägen oder Lothar, nochmal ganz kurz. Also, grundsätzlich finde ich das gut. Man sollte es versuchen, aber ich würde mir nicht zu viel davon versprechen, weil zu solchen Themenworkshops kommen die, die sich dafür interessieren. Das ist aber wiederum so ein kleiner Teil von denen, die im Parteitag abstimmen werden. Das heißt, da haben wir so ein Inhaltsproblem. Was wir eher einsehen müssen, ist, wir sind inzwischen eine Partei, die schon ordentlich groß geworden ist, wo es sehr viele verschiedene Meinungen und so weiter auch gibt. Das heißt, Anträge müssen es auch schaffen, Anträge, die Plan werden zu stellen, müssen in der Partei, dieses Wort vielleicht, verkauft werden. mit einem Mann gepackt werden. Kommuniziert. Nicht nur kritisiert, sondern auch vermittelt. Vermittlung und Überzeugungsarbeit geleistet werden. Jetzt sind die... Ja, das wäre gut. Hinter dir ist noch... Jörg, danach kommt... Dann geht es Michael... Friedrich. Friedrich, okay. Und dann hier Peter, Christian und Ralf. Ich glaube, ganz häufig auch noch jemand. Das war der Friedrich, glaube ich. Ja. Also dann erstmal Jörg. Also meiner Ansicht nach wird dieser Ansatz nicht funktionieren. Ich sehe schon Abfrage, welche Themen interessieren. Man müsste mal was zu Bildung machen. Dann werden alle sagen, toll, das ist ein Thema, da muss man mal was machen. Und von denen ist ein Promille bereit, da muss ich was zu tun. Also das... Da kann man zu allen möglichen seltsamen Themen kommen, zu denen mal was gemacht werden müsste und hinterführen sich, wenn man was zu tun. Das muss ungekriegt sein. Man muss schauen, zu welchen Themen wird etwas gemacht. und die Leute bitte schön einen Praxistest aussetzen, dass so eine AG-Bildung sehr frühzeitig mal den Wind ins Gesicht bekommt. Welche von ihren Ideen mehrheitstauflich sind und welche nicht. Aber zu sagen, sucht mal Themen raus, wie wir mal bearbeiten. Dann guckt, welche Themen bearbeitet werden und sorgt dafür, dass die Leute, die daran arbeiten, möglichst frühzeitig ein Wind wegkommen. Also das freut mich ja nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal im Raum stehen. Das ist jetzt eine Aussage, eine Sichtweise. Und ja, dann war wer? Michael. Ja, ich sehe im Prinzip ein ähnliches Problem. Wir machen am Anfang eine Abfrage, wer sich, für welche Themen wird sich interessiert. Und eben nicht dafür, wer ist bereit, da was zu machen. Weil ich sehe, es ist im Prinzip genauso, dass dann ganz viele Leute kommen, okay, aktuell, wir müssen uns breit aufstellen, in diesem, jenem und welchem Thema. Aber letztendlich findet sich dann keiner, der die Themen wieder bearbeitet. Das heißt, letztendlich müsste man in so einer Abfrage, nicht abfragen, wofür interessiert ihr euch, sondern wofür wärt ihr bereit, euch einzusetzen. Und dann im Prinzip auch direkt wieder diesen Leuten ein Feedback oder halt eine Rückmeldung zu geben, okay, ihr habt uns geschrieben, ihr seid bereit, euch in dem Bereich einzusetzen, dass man dann diese Leute vernetzt, die alle sagen, ich würde mich in diesem Thema interessieren und hätte auch Zeitrechte einzusetzen. Das ist die eine Sache. Und ich finde es grundsätzlich gut, aber ich glaube, das ist auch nicht das, was uns jetzt den Sonntag gerettet hätte. Also das kann uns bessere Anträge verschaffen, kann uns mehr Anträge verschaffen, die dann vielleicht auch irgendwie besser aufgestellt sind. Aber das ist nicht das Problem, das wir jetzt am Sonntag haben. Das wollte ich nur dazu machen. Okay. Friedrich, dann. Ja. Was den Sonntag angeht, also zum einen, wenn Sie sagen, es funktioniert nicht, weil die Leute nicht in der Lage sind, und sich, sagen wir mal, in der Form einzubringen, wie sie es ankündigen, dann würde ich sagen, dann müssten wir letztendlich ein Verfahren aufbauen mit entsprechenden Fristen, bis wann welche Sachen einzureichen sind, gegründet einzureichen sind, dann über die AG oder das Gremium, das das Ganze erarbeitet, die Sachen einfließen. Und was ich wirklich wichtig finde, ist, dass wenn ein Konzept, also ein Blog erarbeitet worden ist, wie der Bildungsblog, dass man dann entweder über den Blog abstimmt, und zwar komplett, oder aber dieses gesamte Projekt, so lange nach hinten verschiebt, bis dieser Blog so steht, dass er letztendlich akzeptiert wird. Weil das, was am Sonntag abgelaufen ist, da stand mir letztendlich die Haare zu bergen, da stand beispielsweise ein Punkt, die Grundschulzeit um zwei Jahre zu verlängern. Der Stand isoliert da haben. Dann stelle ich die Frage, wie man das Ganze einarbeiten soll. Konnte mir keiner auch nur im Ansatz eine Antwort geben. Das heißt, da habe ich 100.000 Fragmente, die dann allesamt losgelöst von irgendwas dastehen, zum Teil angenommen, zum Teil nicht angenommen. Nur ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, weil wir waren jetzt über den Sonntag und aus dem LPT hinweg und hatten jetzt an dem Vorschlag. Ich will im Moment den Vorschlag dann versuchen vielleicht ein bisschen kürzer zu begründen, weil auch noch andere wollen. und einfach der Fairness haben. Okay, also letztendlich geht es mir darum, dass man ein Konzept von Verfahren aufbaut, mit Fristen, bis wann welche Vorschläge eingereicht werden können, begründet, die dann letztendlich das Konzept mit eingearbeitet werden, um das Ganze dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch zur Abstimmung vorzulegen. Also Antragsfrist kommt gleich. Also das ist ja jetzt erstmal die Antragserarbeitung, eine Idee dafür. und danach kommen wir, das war jetzt ja so die Idee dann in den anderen Bereich. Aber verpflichtend mit verantwortlich. Das halte ich für wichtig, weil ansonsten haben wir das System letztendlich so weit, wie er das gerade begründet hat, dass es verschiedene Leute gibt, die sich melden und dann, weil sie entweder keine Zeit oder keine Lust haben oder gerade etwas Besseres zu tun haben, nicht da sind. Okay. Okay. Ich nehme das einfach mal so mit. Und... Ja, Anträge, die in irgendeiner Form erkennbar Geld brauchen, sollte der Vorstand vorher zur Kenntnis genommen haben, um nicht erst dann beim Landesparteitag davon überrascht zu sein. Und zu dem... von der Vorgehensweise für die Antragserarbeitung, also das eine ist... Ich meinte damit, es sollte, wenn ein Antrag eingereicht wird, die Möglichkeit gegeben sein, zu sagen, Hallo, wir sagen alle, was wir wollen und wir suchen dafür Mehrheiten, aber wenn die Geld kosten, dann müssen wir auch unserem Schatzi die Möglichkeit gegeben haben, und zwar verbindlich gegeben haben, dass er dazu eine Stellungnahme abgibt. Und nicht erst einen Tag später wir vor der Situation stehen, dass vorne der gesamte Vorstand steht und sagt, übrigens, wir wollten noch ganz freundlich anmerken, wir können nicht finanzieren, was ihr gestern beschlossen habt. Aber lasst... Es ist vielleicht jetzt ein bisschen bösartig, es ist auch keine Kritik an euch, sondern wir haben das bis jetzt noch nicht berücksichtigt und wir brauchen in unserem Verfahren eine Möglichkeit, schon bei Antragstellung sagen zu können, das kostet uns für die nächsten zwölf Monate in irgendeiner Form so und so viel Dollars, Euros, was auch immer, aber vor allem der Vorstand hat den Antrag zur Kenntnis genommen, er kann ihn inhaltlich unterstützen, ihr könnt euch vielleicht mal an einen Parteitag erinnern, wo Uwe gesagt hat, wenn dieser Beschluss so durchsteht, dann komme ich nicht damit in euch den Vorstand rein, dann kandidiere ich nicht. Aber da finde ich dann alles wieder zurückgenommen worden, mehr oder weniger. Sei mir nicht böse, ich möchte im Moment nicht inhaltliche Diskussionen führen, weil wir uns, sobald wir das anfangen, verzetteln. Also einfach im Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt hier erstmal ganz allgemein diskutieren wollen, das kannst du gleich nochmal im Detail beim André vorbringen, das kommt noch. Ich habe noch zwei Minuten. Okay, also zwei Minuten, du hast die Liste, ich habe sie jetzt nicht mehr. Christian, okay. Ich habe vor, ich weiß nicht, zwei Wochen oder so ja mal eine längere Mail auf die BDA geschickt, die im Prinzip genau diese Probleme adressiert, weil ich schließe mich eigentlich den Zweifel meiner Vorredner an den Punkten an, was selbstfütternde Mechanismen betrifft, also die einzurichten, in der Hoffnung, dass die Leute sich dann von alleine mehr den Anträgen widmen. Das wird nur mit wenigen Leuten passieren. Ich glaube, an den Großteil muss man die Anträge aktiv herantragen, die Themen, die gerade im Schwang sind, aktiv zu ihnen liefern. Also liefern heißt nicht auf die BDA oder sowas, sondern heißt, es ist etwas, was man persönlich machen muss, wo Leute sich für zuständig fühlen müssen, zuständig werden müssen. Mein Vorschlag wäre, dass in der AG-Programm ein Team gebildet wird, sich bildet, was im Prinzip diese Arbeit macht und mit Anträgen, und zwar nicht nur mit den eigenen Anträgen, zum Beispiel auch auf Kreisparteitagen fährt, auf Stammtische fährt und so weiter und dort einfach Vermittlungsarbeit leistet. Weil ich glaube, nur so bekommt man Inhalte an Leute, daran, die es sonst zur Kenntnis nehmen und es irgendwie so inhaltlich durchwinken und die nicht Zeit oder Bereitschaft haben, sich in intensive Arbeitskontexte einzubringen. Ja, vielleicht noch mal auf die Kritik, glaube ich, mich hier so in der Kritik einzubinden. Was hier noch nicht in dem Konzept jetzt an dem Wiener steht, ist die Idee gewesen, dass wir in so thematischen Monat haben, dass wir jetzt nicht direkt Bildung allein, zum Beispiel in dem Fall, wenn wir die Feedback- Begrifflichkeiten nehmen, also Kinder, Jugend, Familien und Bildung und das ist das Konzept, was wir in diesem Brainstorm-Pad mal hatten, dass halt nicht eben, wir müssen uns, wenn wir die Sachen, die Antragsarbeit und das Vorfeld verlagern müssen, müssen wir auch wegkommen, komplette Blockanträge erstmal zu bearbeiten, sondern wir müssen die grundlegenden Thesen zusammenstellen und weil das Schlüsselwort, was wir brauchen, was wir am Samstag nämlich hatten, war Konsens. Wir hatten eine gemeinsame Vorstellung von Dingen, die uns gefallen und das müssen wir zum Beispiel in unserem Bildungsprogramm Block, letztendlich, wenn die grundlegenden Thesen, zum Beispiel, wollen wir ein Menschenbild im Bildungsteil haben, was ja ein Kritikpunkt, ein langes Diskussionsprogramm im Landesbereitag war, wenn der dann einfach vorher als These, eine gesamte Liste mit Thesen zur Bildung, Familie und so weiter und die, wie bei dem Brainstorm-Pad, das dann wird, wenn wir das Meinungsbild schicken und gucken, wie viel Zustimmung und hab denn diese einzelne These, dann können wir die Leute, die sich verantwortlich fühlen, wie in jedem Fall eine Acker-Bildung, daraus sehen, okay, das ist zustimmungsfähig, wir bauen den ersten Block mit den, sagen wir mal, Dingen, die konsensfähig sind, geben dann noch vielleicht weitere Ed-On-Module, was ja auch gesagt worden, wir haben eine gemeinsame Basis, die erweitern wir mit weiteren Anträgen und wenn die vielleicht dann auch im Block nicht zugestimmt werden, kommen die ans Ende der Tagesordnung, aber dass wir einen Prozess entwickeln, wie wir von der Idee, das ist das, was auch vom anderen in dem Slot halt kommt, dass wir gucken, was ist der Konsens im Landesverband Hessen, daraus Anträge entwickeln und die dann auch in so eine Fristenlösung setzen, um da Alternativen zu entwickeln und so weiter und so fort und sie dann auch im Landesverteitag zu haben, wo sie verhandelt werden und einfach geschlossen werden und nicht eben episch auseinandersetzen. Das muss raus aus den AGs selbst, das muss in den Sachen dann so raus. Wenn es okay ist, würde ich den Sepp jetzt als letztes in der Runde nehmen und weil meine Zeit ist jetzt rum und es passt eigentlich ganz gut in den nächsten Bereich Antragseinreichung, weil das wird ja jetzt im Grunde auch mit dem André in seinem Vortrag unter anderem mitbehandelt. Es ist okay, wenn wir das so machen, also ich weiß, dass jetzt einige auf der Rednerliste noch standen, aber einfach damit wir in die konkrete Umsetzung dann kämen. Also wenn der Sepp als letztes... Ich habe ein großes Problem mit der Umfrage, also das, was Reis jetzt gesagt hat, das leuchtet mir ein, das finde ich echt eine gute Idee, ich weiß nicht genau, wie du es meinst, also wenn V&B zu bestimmten Punkten starten sollten dann oder mit Feedback, aber das geht ja, jetzt so langsam los mit Liquid Feedback, erst mal gucken, ob das funktioniert als Tool. Was ich ein Problem sehe, ist mit der regelmäßigen Abfrage, jetzt ein Line-Turvy oder sowas. Wir haben eine Umfrage gehabt im Vorfeld dieser Veranstaltung, da haben 200 Leute gesagt, dass sie hier vorbeischauen wollen, definitiv, und 100 Leute haben gesagt, sie wollen den Stream gucken, oder 120 Leute. Wir haben auch wieder das Parteitag, einen Stream von 100 Leuten gehabt, wo mir der Wolfgang von Piraten Streaming gesagt hat, so etwas gibt es normalerweise nur bei Aufstellungsversammlungen. Das ist also ein Mega-Event praktisch gewesen von den Zuschauern her. Und wir haben 120 Leute in dieser Umfrage gesagt, sie gucken zu. Wenn wir nachher gucken, werden 40 zugeguckt haben und es waren 60 oder 80 Leute heute hier und keine 200. Also diese Umfrage, die kannst du gleich in den Töne kloppen, bei der Meinung war. Also wenn du nach Themen fragst, die Leute interessieren, ja, da wird es ganz viele Antworten geben, aber was daraus wird, ist so einfach mega. Um das Thema noch mal ganz kurz aufzutreiben, das ist es halt. Das ist das, was bei den Kollegen gesagt haben, wir brauchen eine Antwort. Okay. Ich danke euch erstmal. Ich muss hier einen harten Cut machen, weil sonst laufen wir hier komplett zeitlich aus dem Ruder. Seid mir bitte nicht böse.